Mein Name ist Sonja Siegert. Ich bin Kulturmanagerin, diversity-trainerin, leite den Verein Weltkulturschule, spiele auch selber viel Musik und bin in München geboren, im Allsergrund aufgewachsen und lebe seit zehn Jahren in Otterkring. Fühle mich auch jetzt als Otterkringerin. Zu meiner Geschichte, meine Mutter war selber Flüchtling, ich war Sudetendeutsche und ich habe mich über meine Arbeit mit Flüchtlingen mit meiner eigenen Geschichte dann auch auseinandergesetzt, mit der Fluchtgeschichte meiner Mutter, was mir sehr, sehr geholfen hat. Mein Wink klingt vielfältig, weil ich Kontakt zu vielen Menschen habe aus verschiedensten Ländern, die mir in ihren Sprachen Lieder beigebracht haben. Die Öffnung und die Integration von fremden Kulturanteilen hat mir persönlich eine riesige Palette an Auswahl geschenkt, auf die ich zurückgreifen kann und auch meinen eigenen Wurzeln näher gebracht und ich denke, dass das für viele Menschen eine große Bereicherung sein kann in dieser Stadt. Wir alle sind Wien! März 2011-Diesel Buch笑